Ja schon, Markus ist mal da. Oh, Markus ist mal da. Jo Leute, willkommen zurück zu Planet Z2 mit Sven und Markus eigentlich. Aber, Markus ist lappig und kommt nicht auf dem Server oder beziehungsweise sein TAIL schmiert ab. Oder ist auch nicht auf dem Server, nein. Ist kompliziert, er kommt vielleicht noch dazu, jetzt sind wir nur zu zweit. Ich bin... Ich repariere dich! Diesmal keine Leichte, ich bin diesmal Ingenieur. Sven ist Max und er fährt jetzt mit mir Harry. Ja. Äh, wo ist denn das Fahrzeugtürmer hier? An links. Soll ich dann noch an die Fahrzeug umrüsten, oder? Ach, brauchst du nicht, wenn ich fahre, leben wir eh nicht lang. Ja, aber ich hab vor zu leben, also... Ich bin sicher auf Antifahrzeug. Ich spawne mal einen. Muss ich auch noch auf dem Weg nehmen. Was ist denn da unten? Was machen wir denn drauf? Eraser? Jetzt hab ich einen Hellbird. Das ist das einzige, was ich gesagt habe. Das ist echt scheiße. Was machen wir denn noch? Irgendwas steht da vorne und schießt auf uns. Ups. Was schießt ihr von uns? Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner, Rischersandie? Äh, da vorne ist ein McRider. Aua. Und der Hüppenschießt auch irgendwas auf mich? Ja, überlebt mal ein bisschen. Ich muss meinen Panzer retten. Oh, mein Harry. So. Solltest du nicht wieder zu dem McRider fahren, damit wir den Blatt machen können? Ja. Na du weißt nicht, wo ist er denn? Direkt gerade am Berg entlang. Dem Lightning hinterher mal? Ja, der steht da drüben. Siehst du es auf der Karte rechts? Ah ja. Hm. Oder auch nicht. Gehst du hin? Was ist jetzt eigentlich mit 2.0? Weiß da jemand schon was genaueres? Ja. Die kommen immer weiter mit dem Entwickeln. Ich hab schon ein paar Videos gesehen. Echt? Die aktuellen Entwicklung im Standard, ja. Ich hab noch gar nichts gesehen. Immer noch nicht, dann stellt sich das ganz schön doof an. Ich hab aber noch nicht gesucht, wenn ich ja nicht bin. Oh, der kommt auf mich zu. Dann denk ihn ab. Nein, der hat mich überfahren. Es klebt C4 dran. Ach, leck mich. Ich hab extra mit C4-Bildbacht. Ja, super. Jetzt bin ich wieder am Arsch der Welt. Ich hol einen neuen Harry. Bleib mal stehen, ich komm. Ich rufe zu mir. Habe ich genug? Ja, ich hab genug. Ist irgendwo ein Alarm? Nee. Ja, ich weiß nicht was. Ich brauche aber neuer Harry. Sonst brauche ich zu lange, bis ich da drüben genau hingelaufen bin. Ja, dann kommen wir zu mir da. Aber er hätte ja mal was schreiben können im WhatsApp, Markus. Das hat nicht. Kommt, ne? Kann. Aber vielleicht probiert es noch eine Weile. Wärts wahrscheinlich, ne? Wärts dann fluchen wie ein Rohrspatz, aber... Wir können ja nichts dafür. Wir sind nicht unsere Schuld. Wir sind nicht unsere Schuld. Wir sind nicht unsere Schuld. Das ist nicht unsere Schuld, dass man ja eine Bambusleitung hat. Äh, das liegt im Moment aber auch an Blendezeit. Und immer mehr Leute. Echt? Wir sind ja kein Problem. Komme ich da drüber? In meinem Ding ist auch doppelt so hoch wie normalerweise. 58. Und meiner ist eigentlich im Durchschnitt gerade die ganze Zeit 100. Normalerweise ist da irgendwie so 50. Wie komme ich jetzt da rüber? Nee, nicht. Wir können mit der Straße fahren. Naja, wie wird man mit rückwärts, ne? Und einfach mal komplett in die andere Richtung zu fahren, das ist ja ein bisschen besser. Wir laufen Zeichen Rocket League. Gut. Noch sehr umfangreicher Berichterstatter. Ja, ich bin im Moment nur noch Battlefront. Na so, gar keine Rocket League mehr. Ja, man macht süchtig. Ja, tut's auch, aber Battlefront ist gerade rausgekommen. Taugt's was? Ja, schon. Oh, Markus ist mal da. Auf Battlefront was? Er geht wieder. Na, ich glaub er ist schon wieder weg. Hey cool, im Chat wurde gerade eine Testmeldung geschickt. Wegen? Und noch eine Testmeldung. Schau mal in dein Chat. Welchen Chat? Dein Chat, allgemein. Oh, da, da, da. Ne, ich hab keine Testnachricht. wenn ich das war mit Testmeldungen bekommen aber wir haben schon mal angefangen weil wir so frei sind bis jetzt so geht es wieder jetzt wieder die Linie kann man nicht vorführen das kann ich versprechen zu haben ist es das war bleibt doch stehen nur Lappen ich wollte auch nicht mehr wenn ich schon mal in Schiff bin dann repariere ich dich ja auch brauchst du auch noch eine Reparatur? Nein brauchst du nicht wie kommen wir hier hoch es ist ja langweilig hier außen rum zu werden das ist der Spawndum da können wir direkt auch zuwenden glaub ich aber umgekehrt oh Feuerwerk auf mein Silvester wenn man vor dem Film nicht mal ein paar Soldaten sehen würde Gegner für am besten bist du keine Gegner, der steht direkt bei der Spawndum und die Hübschen alle rum ich sehe keinen einzigen, da kommt ein Speer und der tötet dich jetzt wahrscheinlich Nein, ich habe ihn getötet Apropos töten ich werde hier mal meinen Spitfire-Geschütz hinter mir aufstellen wow, jetzt kann es auch in der Hälfte bei der Hälfte bleiben so kommen sie mal zu mir rüber, hier ist sie viel bessere Posey ne, Posey ist oben, weil der Spawndum ist oben glaub ich glaube nach oben wir wissen wir jetzt noch hoch gekommen hier über die Dritte muss hier eine Treppe du wolltest mir nicht hinterherlaufen bist du mich verarschend, ich sehe dich nicht mal sehe dich schon bin ich gleich über dir na hö, du bist ganz da hinten jetzt bin ich tot und ich bin oben ein Kill habe ich gemacht wie viel habe ich jetzt? Minus 2 noch Alter, wie komme ich da hin? von hier? ist das Wahnsinn der Wahnsinn der Wahnsinn der Wahnsinn was ist der Wahnsinn in die Hölle hallo, hallo, hallo hallo wo ist mir jetzt mein ING kommen sie auch noch rein oder müssen wir nur da oben der lockt sich da schon die ganze Zeit an wenn es sich an wenn Planet hat will, dass ich spiele ja der Planet hat eigentlich nicht, dass du spielst aber hat halt auch ein Herz bei Tiere jetzt irgendwo ein Spiel direkt unter uns Planet hat Herz bei Tiere hat und würdest Dart, weil meine Katze da ist das das ist das ist das n so ich das weiß aber das ist ich aber auch ein Schatz aus Bänden und dann geht es ab zum Wissen schon wieder wer hier drüben schafft es nicht mehr zu laufen das ist jetzt geht es wenn ich bin so nicht mehr rüberkommen so wie das jetzt einmal um und deckt mich die kommen auch von hinter dir es mir egal nein er kommt aus der wird gesagt ich soll weggehen und die andere Seite deck ich wusste dass der hier kommen wird ja weil es einer juli umar um die jungen wo bist du bist so der Konferenz wieder die Kunde er hat der Km die Km mir beschweren weil ich immer schiffen wenn man bei den Börsen sagt er mitgeholt da ja ich sehe schon die andere Richtung und dann wird er schocken aus der Richtung mit der verboten haben zu gucken Die wirst du zu mir gesagt, guckt er nach oben und auf einmal schießt sich auf einen anderen Riesel an. Jetzt habe ich ja das Ding hingestellt. Super. Ich habe mich nur an deine Anweisung gehalten, dann musst du dich schlagen. Ich halte mich auch immer nur an deinen Anweisungen, ich darf auch dauern. Wo sind sie? Max, erledigt. Oh, da ist ein Panzerminien. Wo? Den Panzermin? Schießen wir mal drauf. Ja, ich schieße mich da drauf. Ey, Max. Aua, wer hat das drauf geschossen? Ich weiß es nicht. Bleib mal stehen.